Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 13 Ultimate Team Heute wieder ein Unpacking Video Und zwar werde ich heute mal meine Geschenke aufmachen, die ich so in den letzten Tagen bekommen habe Und ja, dann legen wir da gleich mal los Fangen mal an mit dem Mini Silber Set hier Und ja, es lädt Und los geht's Bam, okay Das war, wie zu erwarten, nichts Zwei Stadion, hm, mal gucken Ne, das war nichts Besonderes So, und weiter geht's Zum nächsten Pack Diesmal der Vorbesteller-Boni, sag ich mal Das Set, das man bekommt, wenn man halt das vorbestellt Und los geht's Und Bam Nee Nee Und nochmals, nee Der, nee, die sind alle nicht viel wert 500 Sind jeweils wert hier So, Verträge, Verträge, Verträge Nee Der ist glaube ich 1000 wert hier Und Fitness, toll, Dribbling Und einen schönen männlichen Ball Okay, das war auch nix So, und jetzt geht's gleich weiter Zum nächsten Pack So, und weiter geht's mit dem nächsten Gold Pack Dann, schauen wir mal rein So Und Bäm Das sieht Mäßig aus Der ist nichts wert Nix Könnte ein paar Euro wär sein Naja So, wir haben hier ein Ne, oh nix Verträge, Verträge, Verträge Fitnesszeug, Fitnesszeug Passen Und das ist ein Valencia Wappen Hm, das könnte Durchaus Ein bisschen was wert sein Joa Dieses Pack War Nicht allzu toll Also Gehen wir Direkt zum nächsten So Und weiter geht's mit dem nächsten Gold Pack Wieder das 5000er Und Los geht's So Und Bäm Was haben wir denn hier Okay Boricello Der ist Nichts Wert Hier haben wir ein Silber Nee Oh Gott Nee Verträge Immer gut Fitness Knie Aus Ungefähr 500 Hier haben wir Kardomoral Könnte durchaus Ein tausender wert sein Mal gucken 3,4,2,1 Ist Nichts wert 500 ungefähr Und hier haben wir Ein Trikot aus Frankreich So Das Pack War jetzt nicht viel wert Nun gut Gehen wir gleich zum nächsten So Zwei Gold Packs noch Mach ich auf Und Ich nehme mal das 5000er plus Und Feuer Frei Und So Und Bäm Wen haben wir denn hier Äh ja Ein Torwart Der könnte Tausender vielleicht wert sein Wenn ihr behauptet Ansonsten Nee Nee Träge Immer gut Fitnesszeug 3,5,2 Als Formation Ist Nee Nicht viel wert Hier haben wir ein Dortmund Wappen Das Könnte 2000 Ungefähr Wert sein Hier haben wir ein Ja Trikot Gladbach Trikot Könnte auch ein paar Hundert wert sein Und ein Tempotrainer Oder Nee Ist ein Torwart Ach egal Irgendwas wird schon sein Alle Fälle Wieder kein Fogelspieler Wieder keinen großen Aber ich denke mal Plus minus null hier Durch das Wappen Und Ja Das Trikot hier So Und nun zum letzten Gold Pack Für heute Los geht's Bäm Okay Wen haben wir denn hier alles Sehr Roberto Aber der dürfte nicht viel wert sein Santa Cruz Ah nix Hier haben wir Matic Kenne ich jetzt überhaupt nicht Spielt In Portugal Benfica Eigentlich eine ganz gute Formation Also Ich müsste jetzt mal schätzen So 2000 Bis 2500 Durst der schon wert sein Hier haben wir Fitness Die bringen Nix Das ist eine Heilungsgosset Liebe hier Verträge Wieder Verträge Fitness Passenmist 3 4 1 2 Ist nichts wert Und kein Ball Und Twilight Wow Twilight Blumen Genau zu sein Egal Was soll's So Das war's von mir Ich sag Tschö Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal